Familie Müller möchte ihr altes Bad erneuern. Da Familie Müller während des geplanten Umbaus weiterhin in der Wohnung leben möchte, wollen sie nicht wochenlang auf einer Baustelle wohnen. An den Staub und Dreck, der dabei entsteht, möchten sie gar nicht erst denken. Von einer Bekannten bekommt sie Klugfliesen empfohlen. Familie Müller schaut auf der Homepage von Firma Klugfliesen nach und diese bieten die perfekte Lösung an. 1. Badsanierung aus einer Hand 2. Termintreue 3. Staubarmes Arbeiten 4. Beste Qualität zum fairen Preis Frau Müller vereinbart einen Termin und Herr Klug erscheint pünktlich zum ausgemachten Zeitpunkt. Schnell kann Herr Klug Familie Müller eine kreative und passende Lösung für ihren Badumbau vorschlagen. Herr Klug erstellt daraufhin ein unverbindliches Angebot und stimmt Budgetvorstellungen mit Familie Müller ab. Für Familie Müller passt alles und beauftragt die Firma Klugfliesen mit dem Badumbau. Nach terminlicher Abstimmung erstellt die Firma Klugfliesen eine Zeit- und 3D-Planung, checkt und beantragt staatliche Förderung für Familie Müller und koordiniert alle Gewerke. Die erfahrenen Mitarbeiter von Klugfliesen kommen pünktlich und beginnen mit den Arbeiten. Frau Müller freut sich, denn alle Laufwege werden abgedeckt und eine elektronische Staubabsaugung installiert. Nach einigen Tagen können Familie Müller ihr neues Bad wieder benutzen und sind begeistert, wie schnell, sauber und hochwertig alles geworden ist. Gerne übernehmen auch wir Ihren Badumbau. Klugfliesen Meisterbetrieb – bei uns ist der Name Programm.